Willkommen auf dem Gelände der ehemaligen Mezzo Lindemann Maschinenfabrik in Düsseldorf-Lierenfeld. Auf dem alten Firmenareal entsteht für zukunftsorientierte Unternehmen zentrumsnah der Factory Campus. Eine neue, lichtdurchflutete Arbeitswelt mit flexiblen Raumangeboten, vernetzt durch eine vitale Community von Gründern, Entrepreneuren, etablierten Unternehmen und Freelancern. Ich finde hier in erster Linie Dinge, die woanders nicht stattfinden, in Form von wirklich dem Austausch mit verschiedensten Menschen, verschiedensten Start-ups, Fähigkeiten, Kompetenzen. Es ist eine familiäre Atmosphäre, die einem woanders halt sehr stark auch fehlt. Also man trifft sich hier regelmäßig zum Frühstück oder anderen Veranstaltungen, tauscht sich aus und es macht einfach mehr Spaß. Die Vorteile für mich als Gründer sind, dass das Ganze hier einfach extrem einfach ist, weil ich mich um nichts kümmern muss. Ich kriege mein Büro gestellt, bekomme die ganze Infrastruktur inklusive der regelmäßigen Reinigung. Also ich hoffe, dass die Entwicklung so weit geht, dass wir jetzt alles bald mit den Hallen, mit der Umgestaltung beginnen können, weil dort auch mehr Platz oder noch mehr Flächen entstehen, mehr Möglichkeiten entstehen. Und ich denke, wenn das alles nach Plan läuft, wird der Factory Campus mit sicherlich einer der besten und schönsten Co-Working Spaces oder auch größten in ganz Deutschland. Ausgerichtet auf dem zentralen Boulevard in der alten Maschinenhalle verbinden sich die unterschiedlichen Raumeinheiten zu einer kommunikativen Mitte, der Seele des Campus. Durch die modulare und koppelbare Anordnung können so Arbeitsflächen kurzfristig und flexibel vergrößert werden. Diese Variabilität und Vernetzung wird übertragen auf die neuen Gebäude im Innenhofbereich. Hier entwickeln sich hocheffiziente, moderne Büroflächen im Gebäude Nummer 6 sowie Loftbüros in der ehemaligen Montagehalle 4. Der grüne Campus, die zentrale Grünfläche, wird in weiteren Bauabschnitten vom Manufaktur- und Kontorgebäude sowie dem Ateliergebäude gefasst. Ergänzt wird diese differenzierte Arbeitswelt durch ein bereits seit Ende 2016 genutztes Angebot von ShareDesk, Coworking und Konferenzangeboten im Pioniergebäude. Als Host-Team des Factory Campus liegt es uns besonders am Herzen, unsere Kunden und Gäste so zu unterstützen, dass sie sich auf ihre Arbeit in einer kreativen und professionellen Atmosphäre konzentrieren können. Ob bei der Buchung der verschiedenen Raumangebote, dem Einrichten und Ausstatten des neuen Arbeitsbereiches, der Vernetzung mit anderen Start-ups oder aber beim Organisieren und Begleiten von Meetings und Konferenzen aller Größen, kümmern wir uns darum, einen möglichst unkomplizierten und schnellen Service anzubieten. Im Kopfbereich der ehemaligen Montagehalle entsteht unter dem Motto Palmenhaus ein modernes gastronomisches Angebot. Ein täglicher Mittagstisch, verschiedene Veranstaltungsmöglichkeiten und eine hochwertige Abendgastronomie werden hier den Nutzern geboten. Der davor angrenzende Hofbereich mit altem Baumbestand ist heute schon ein beliebter Treffpunkt im Außenbereich. Wir haben ja ganz ehrgeizige Ziele insgesamt als Community und wir wünschen uns da, dass das sozusagen eine der größten und attraktivsten Inkubatorstandorten wird, die wir in Europa haben. Und da versuchen wir alle mitzuwirken. Also ich finde hier ziemlich viele kreative Menschen aus ziemlich vielen Berufsfeldern. Also die Atmosphäre ist einfach super, man kann sich hier auch überall aufhalten, rumtummeln, man hat immer nette Gespräche und das Coworking, also sprich Ideen, die man vielleicht vorher nicht so hatte, die kann man hier aufschnappen und auch direkt mit umsetzen. Wenn sich aus diesen Ideen wachsende Anforderungen an Größe und Ausstattung oder eine eigene Adressbildung entwickeln, ist es möglich, das Unternehmen auf die flexibel teilbaren 7000 Quadratmeter Bürofläche des Gebäude Nummer 6 zu erweitern. Moderne Arbeitswelten, verbunden mit einem großzügig angelegten grünen Campus, entfalten so ein Gefüge aus differenzierten Zonen, die dem inspirierenden Gedankenaustausch und dem Networking moderner Wissensarbeiter gerecht werden. Der Factory Campus verbindet nicht nur die Menschen, sondern auch Arbeits- mit Lebensqualität. Spüre selbst die Energie dieses einmaligen Ortes.